Neben dem Text und der Ausstrahlung muss auch das Outfit stimmen. Zusammen mit Stylistin Tatjana Korturic bespricht und probiert Jennifer ihre Moderationslooks. Z.T. sind Sachen, wo ich so am Bügel denke, das habe ich noch nie angehabt. Und dann ziehe ich es an und denke, voll cool. Das muss ich vielleicht öfters mal probieren, auch privat. Das gefällt mir z.B. gut. Auch Stylistin Tatjana ist zufrieden mit den ersten Anproben. Stylingmässig ist sie natürlich jemand, der es sieht. Und das perfekte Styling gibt Jennifer noch mal etwas mehr Selbstvertrauen für ihre Moderationspremiere am kommenden Montag. Wenn ich mich jetzt so sehe und im Spiegel anschaue, mit diesen tollen Outfits, kann ich es eigentlich kaum erwarten, dass es endlich läuft. Bis dann.